Musik Ja, Sie wollen das Leben genießen. Vielleicht waren Sie überfordert. Ich meine, Ihr Mann hat Sie sitzen lassen und dann hatte sie auch noch eine Viehgeburt. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.